Ah, ich habe Pflapsen ganz vergessen, fällt mir gerade auf Aber jetzt fange ich an zu Pflapsen, wenn wir Asset um overextenden Leider ist Auge schon raus Jetzt springe ich noch weg Der Clary ist auch hinten Achtung Damaged Damaged, ja, Damaged, Damaged Lauf nicht so weit, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen Mach AM an für ihn Hab Instant raus Okay, ich habe noch ein Grip Instant da Du kannst die Sockers messen Ja, ich habe noch das Pad dran Ja, oberextenden wir den weiter, oder was? Ja, bitte Alle dran? Sledding Senden Ne, ich glaube es war ein Group Heal oder so Oder Instant da Dass der nicht merkt, dass dann der Group schon wieder stirbt Naja, klar Jetzt geht er rum Und wieder wohl geil Eigentlich ist es wieder voll Das ist so lächerlich Guck ich mal, ob ich ihm jetzt halt entlang Nee, lass doch Essendum erstmal töten Guck mal, sonst wirst du nur Overwax hin und dann stirbst Alles klar Oh Gott, ist der dumm Gott, das ist so italienisch Naja, ich habe irgendwie sein Ego echt hart verletzt Ich habe ihn geslappt Ist doch ganz klar Okay, vielleicht sollten wir doch die Mitz mal Abrooten und so Oh, Damage nochmal, Stunt Ich habe jetzt Hengs hin dran Dann bin ich jetzt down Ah, er ist ja dumm, ist down Perfekt Nein, ey, fuck ey Oh, noch ein Ad Perfekt, nice, nice, nice Ah, der Snare war so geil Und du hast ihn rausgesnarrt, ey Super, super Warte, ich mess'n ab Ja, nur was schnell, du Na Bess ihn nicht mehr Ja Na, ich bess ihn nicht Ich habe Angesies bei mir, ey